hey leute ich bin hier gerade eine fette achari am chillen jo ich weiß nicht ziemlich geiles teil auf jeden fall jetzt habe ich hier durchgezockt die beiden hier von gameplay color würde ich sehr empfehlen ist richtig geile story kann man auch beide dann verknüpfen danach und alter ich weiß nicht was ihr habt aber ich chill auf jeden fall nirgends dieses geile dreams blockshirt und mehr von dem scheiß findet ihr auf jeden fall hier auf meinem kanal herr rotes armloch viel spaß